Entdecken Sie Charakter. Charakter, das neue Ode Toilette für den Mann. Kreiert von Daniel Hechter. Er liebt das Leben, das ist sein Charakter. Charakter von Daniel Hechter. Das neue Ode Toilette für den Mann. Willkommen zu Hause. Du hast dich im Griff, du kannst nur gewinnen, du bist so schön, so schön. Ich verlass mich voll auf Jade. Mensch, ist das ein Ding? Mensch, ist das ein Ding? Mensch, ist das ein Ding? Die Regel tritt's vom Ring. Der Deutsche Ring. Ein Ring für alle Fälle. Versicherungen, Bausparen, Kapitalanlagen. Mami! Was ist mit Smacks? Schon da. Na dann geht's. Ja! Ein Kellogg-Smacks fängt der Tag richtig an. Weil man mit Smacks was erleben kann. Die passt. Kellogg-Smacks, die sind ein Traum. So Honig süß, mal blau, bis kaum. Ja, mit Smacks fängt der Tag richtig an. Es gibt jetzt eine Lotion, die nicht nur ihre Hände pflegt, sondern gleichzeitig auch ihre Nägel stärkt. Und weil sie für Hände und Nägel ist, heißt sie Hand and Nail Formula von Putz. Wir brauchen mehr Eis. Wir brauchen mehr Eis. Entschuldigung, wir brauchen mehr Eis. Nicht eben die klassischste Methode, ihn zu kühlen, aber vermutlich die trockenste. Enkeltrocken. Wer sonst ist klassisch trocken? Er kann sich neigen, er kann sich drehen. Der Modular von Blaupunkt. Also Geschmack kann man vergessen, wenn man wirklich gesund frühstücken will. Alevita Vollkorn-Bananen-Müsli ohne Zucker. Naja, aber was vollwertiges für zwischendurch, so was Leckeres. Na sowas. Alevita Vollkorn-Früchtchen auch ohne Zucker. Ja, aber ein vollwertiges Abendessen mal ohne Fleisch, das müsste doch... Aha. Alevita Soja-Puffer. Aber das reicht ja für zwei. Alevita für die Vollwertküche von Nestle. Eigentlich stehe ich ja mehr auf blond. Ja, aber das reicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank, Professor Koch Der Opel Vectra 4x4 Technik, die begeistert Face, alles okay?